Hallo und willkommen zurück bei Conan Exiles. Jetzt hätte ich bald gesagt Crusader Kings, aber haben wir auch nicht. Da im Hintergrund sehen wir noch eine Außenstelle vom Arbeitsamt. Mal schauen, ob da vielleicht fähige Mitarbeiter sind, die wir für uns rekrutieren können. Pferd. Du packst einmal. Da. Und du? Ja, du darfst jetzt einmal nicht jeden Angreifer, sondern nur, wenn ich das sage. So. Schauen wir mal, wer da so wohnt. Jetzt hören wir uns einmal den da. Das sind Bogenschütze. Zack. Wäre schön, wenn der allein kommt. Jetzt hat der mein Pferd getroffen. Greif an. Mach ihn platt. Ja, das funktioniert euch wieder super. Jetzt funktioniert es wieder ganz super mit dir, Franz. Oh, Hüschkopf. Oh, Hüschkopf nehmen wir auch mit. Hängen wir uns an die Wand. Holen wir uns den noch. Franz, ich hab gesagt, du sollst A-Greifer. Was bist denn du? Rüstungsmacher 1. Ja, genau. Geht's wohl gern, gell. Rüstungsmacher 1 brauchen wir nicht. Dann nehm' geschossen. Oh, alles nehm'. Der macht mit dem Ding da ja fast gar keinen Schaden. Der braucht andere Waffen. Mit dem wird das nix da. Mit der Waffen da. Wie heißt, dann schauen wir es da nicht nimmer. Jetzt schauen wir uns einmal die zwei an. Was ist jetzt hier? Tänzer und Kämpfer. Brauchen wir beides nix. Franz, greif an. Die hat ja eine Stimme. Sauf bestimmt wie ein Loch. Verbinden wir uns einmal schnell. Dann werden wir einen zweiten brauchen. Der erste Tringer schaut noch gut aus. Franz, wie bist du beieinander? Und nicht den Hirsch. Falscher Knopf. Da her. Den Hirsch in Ruhe. So. Da drinnen haben wir noch einen Kollegen. Schön, was der so beruflich tut. In dem Fall hat er schon mehr Lebenspunkte wie ein anderer. Nein. So ein Kämpfer. Auch bloß ein Kämpfer. Kämpfer brauchen wir nicht. Das ist ein Jägerlager. So viele Berufe werden da nicht da sein. Du bist bestimmt ein Bogenschütz, oder? Nein. Nein. Da ist ein Kisten. Bist du? Tänzer. Den brauchen wir mal um die Verderbnislosung. Werden den man in manchen Gebieten kriegt. Aber jetzt noch nicht. So. Schaut nicht gut aus mit fähigen Mitarbeitern, die was da wohnen. Bist du? Nein. Ich möchte jetzt keinen Kämpfer. Ich möchte einen Schmutz. Oder einen besseren Träger, den ich ja schon da habe. Das brauchen wir nicht. Den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit. Hängen wir uns doch einmal an die Wand. Den nehmen wir mal mit. Das. 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 Den Steuern. Ja. Die Zähne kannst du auch nicht mehr nehmen. Ich weiß zwar noch nicht, für was wir es brauchen. So. Jetzt sollen wir schnell unser Pferd. Dann schauen wir da ab, was das für eine Hand ist. Also das war jetzt nicht zu überzeugend, das Lager. Aber gut. Wenn du Säger Ausblick hast, oder wie heißt es? Egal, Ausblick. Ich habe mir jetzt auch nicht so viele Berufe rechnen können. Ich bin mir schon froh, dass wir es da durchgeschnetzelt haben, ohne dass wir sterben. Ich muss mir angewohnt, vielleicht eine Bettrolle mitzunehmen, die ich aber irgendwie zum Lingen, bevor ich irgendwo angreife. Beziehen. Hand des Schöpfers. Das ist so wie kunfts, heute brand die Fackel, ist nicht ganz schön dunkel. Winter agieren. Neu ist ihm auch gelungen, komm her. Wilde Kannibalen. Gut, dann haben wir da jetzt kein Lager mehr. Soja, gehen wir ja reiten. Da ist auch noch ein Lager, aber ein Mini Lager. Oder schauen wir einmal schnell vorbei. Vielleicht ist er da aus, was ich in einer, der was taugt. Boah, das ist eine Pläne. So ein offener. Oh, 50. Koch. Naja. Naja. Der Dreierkoch war ja nicht so gut, nehmen wir ihn mit, oder? Nehmt er aber so. So nicht. Tja. Wo wird da nur ein Lager sein? Ja. Oh Mann, hier am Punkt, dann hätten wir mehr Übersicht. Naja. Zum Pferd. Zum Pferd. Warte mal. Jetzt wenn ich dir die Fackel gibt, trockst du die dann. Okay. Ach so, jetzt wird es eh hell. Egal. Jetzt haben wir da. Da war die Höhle. Jetzt bleiben wir da vier. Vielleicht haben da noch irgendwelche Lager. Da drin auf der da anhöhe ist, noch eins. Na, die eine. Da rum ist nix. Da rum ist eine Straße. Jene sind da wird's auch. Die Sklavenstraße. Ah, sehr schön. Da oben brennt was. Da oben brennt was. Oh, da ist das. Oh, mein Schwert ist mir kaputt. Wer bist du so? Ja. Das schaut super an. Das schaut super an. Ich bin Gil Zahn, treasure hunter und man of fortune. Wenn du mit dir planst. Soll man da wirklich rein gehen? Schaut uns nicht so einladend aus. Oh, was soll's? Schnell mal rein reiten können. Dann werden wir schon nicht gleich sterbenlos beim rein reiten. Hopp. Vorwärts, Pferd. Was den wir uns tun? Namenlose Stadt. Wow, Skeletor. Gut, das geht. Ja. war so hat sie dabei stahl mit drei eisen holz erforderlich aber Stahlbahn ist schon mal nicht schlecht. Wer? Wo? Wer denn? Wo denn? Ja, er kriegt seine Angriffe durch und ihn nicht mehr. Hallo? Der kann zuhören. Mein Gott, die haben wir da weiter neben. Jetzt auch bald nicht gleich wieder aus, was ich im Stirb, weil ich vergieß mich zu heilen. Nein, nein. Das ist anstrengend. Da regt die Verband. Wir schauen bloß noch mal kurz rein und dann haben wir ab. Das ist zu riskant. Jetzt bist du schon rein. Ah, da sehe ich bloß mit anderen Klamotten. Wenn man ihn richtig erwischt, ist das jetzt nicht so krass. So, da ist jetzt sonst keiner, gell? Dann rinzen wir da mehr rein. Aber vorsichtig. Hier würde irgendwo eine Petroli hinlegen sein. Also Snowfall springen wir aus dem Pferd und haben wir ab. Dann rinzen wir das. Dann rinzen wir uns im Stirb. Dann rinzen wir hier so gut. Dann rinzen wir uns auf den Pferd und haben wir uns auf. Oh! Ich möchte jetzt überhaupt wissen, dass es da was anderes gibt bei Skelette. Ganz schön viele Skelette. Was haben wir denn da jetzt? Das macht bloß mein Schwer kaputt für nix, weil ich noch nicht weiß, was wir da sind. Jetzt sind wir da wieder bei dem da. Wir schauen nach dem See aus. Eine Reichsstraße. Das ist jetzt eine andere Straße, die wir vorhin waren. Sklaufenstraße. Jetzt sind wir auf der Reichsstraße. Da ist der links von uns. Sehr interessant. Jetzt wird ja bald ein neues Update kommen. Bin mal gespannt. Na, da ist das da vorne. Vielleicht etwas, wo man Personal aufheuren kann. Ich verstehe nicht, warum ich zwei Schwerter abrücken habe. Südaquädukt. Das ist das Ding da. Ein Aquädukt. Sehr interessant. Aber kein Lager nicht da. Okay. Huch. Au, au, au. Oh, das war knapp. Das hört sich nach Schlange an, was ich da gehört habe. Oh, da drinnen sieht ich eine. Die ist ja gigantomanisch groß. Da sind ganz viele Schlangen. Oh mein Gott. Pferde, hol dich. Und Krokodile. Oh nein. Bossen aushorn. Verdammte Naht. Wow. 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 Bist du verrückt, du blödes Nashorn. Ja, verpiss dich jetzt. Mal dich fertig. Oh, alter. Na, hab's auch du kommst mit, du Krokodil, du. Das ist jetzt mein geringstes Problem. Ja. Ah, einfach nur die Post ist recht da. Hmhm. Ja, bin ich gespannt, ob die die irgend worden alle da liegen. Da ist was zum lesen. Hmhm, der Geist ist da hoffgelaufen. Da hat er mein Pferd. Achso, jetzt kann er nicht stehen, weil das ein Lager ist. Da kann er stehen. Gut. Da kann er stehen. Ja, ich habe schon gesehen, dass du da rauf gehst. Ich komme, ich komme. Wer bist du? Also Franz. Wo kommst du jetzt da rauf, Franz? Ja. Irgendwas mit Koch haben wir gelernt. Ah, da unten stehen welche. Scheinlich einigermaßen friedlich zum Setzen. Zumindest hat mich noch keiner angegriffen. Da was drüben ist. Wenn ich den Weihopf komme ich nicht wieder raus. Jetzt stehen auch welche unten. Ja, ich war doch schon oben. Was haben wir da? Kämpfen. Und du? Zimmermann. Haben wir schon. Jetzt weiter. Und da? Kämpfer. 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 Durchsess. Na. Wie geht's. Burstreich. ��. Wir haben einen Reikșon. Wir laufen jetzt nicht hin. Höゲer interpretation. Da wo ist nicht so, da. und über Scholars. Da wo ist nicht so. Ja, da wo ist nichts. Das ist nichts. correlig kam dann, da oben ist was da oben ist was loot denn nun tut uns gut und statt einfach gescheit drüber geht nein nein das nehmen wir nicht und nun na Da ist kein anderes Lager in der Nähe, obwohl da hinten, da sind Menschen, da liegt auch noch ein Buch. Okay, sitzen, beten, ein paar Emoches gelernt, gut. Haben wir sie da schon genau umschauen, ob wir schon mitbekommen. Kann man ganz leicht zeigen, wie wir sehen. Oh, nein, gut. So was mit dem Naseinpost probieren, aber ich glaube eher nicht. Schon gar nicht so lange er nicht so richtig aufgelevelt ist, der Franz. Da muss der topfit sein für das Vieh. Mal schauen, was wir da drin noch für ein Lager haben. Das ist auch wieder ein Naswein. Arme Baby-Naswein. Das wäre ja cool. So einen als Begleiter. Die Hüpfer haben wir ja daheim. Ich meine, die haben wir noch nicht aufgebaut. Aber da hinlaufen, das Naswein halten. Das ist wahrscheinlich rein der Selbstmord, was wirkt so ein Naswein. Ja. Da lässt sich die schon noch, glaube ich. Da haben wir noch einen Ausdauer hinein. Wo ist er denn jetzt vorbeireiten aufheben kann? wenn wir noch ein baby wenn man schon mitarbeiter finden wenn ich das findet die namen jetzt aber gar nicht so cool ich glaube ich reiten und auf dem weg nach hause sage ich schon mal servus ich damit freue mich mit so einer nächsten folge wieder sein mein gott hat die schlangen da groß oder das kaputt bei der schlange das bin ich toll und in der nächsten folge wenn wir das tierfläche aufbauen und das nass am gebiet großzüchten und dann darf ich mich freuen über ein like kommentar und natürlich auch wunderbar und dann wünsche ich noch eine schöne woche also bis dann servus